so das verstehe ich jetzt wiederum nicht warum sind wir besser als die geil ich spiel growth wie es scheint ich spiel im mastermind ganz ehrlich ich klicke irgendwo auf dem bildschirm mit meinen wird eine klasse ausgewählt ja das hat ja auch schon an die flower sop starten ich glaube ich habe diese ganzen flug einheiten verzichte ich ja für ja für was ich habe so viele einheiten mann was geboren ja der wundhawk alleine nein der braucht eine t1-unit vorne dran wenn zwei und talks bauen wollen wir cross gehen da kannst du nicht weiter gehen allein verkauft reicht das natürlich für gold 80 72 knapp 150 und wenn ich dann bei euch hat noch irgendwas dazu wahrscheinlich auf einen anderen start gehen sollen also doppelwintergeld 100 prozentig was haben die denn zahmer batcher sein ich glaube einheit auch gehalten ich denke mal man als schlau uns hilft jetzt durch auf der rei ich versuche jetzt für eine violette zu gehen und dann hoffe ich habe ich dich einfach jetzt haben wir eigentlich viele fähigkeiten press die attack militia und dann 51 dann hätte ich die ne ja ja passt doch wunderbar ja jetzt muss ich halt irgendwie walker gehen das ist so traurig ne spiele kann habe ich mit meinem wlan keine anständigen connection und kann dadurch nicht verbinden wenn du bist bei mir zu hause ich muss meine mobilen daten zu hause benutzen damit ich in den servern connecten kann wow das ist cancer ja diese runde gehe ich mal komplett voll fahren du musst vielleicht für mich mithalten ne ja aber ich save'n auf 3 violette müsste ja eigentlich gehen weil wenn ich hier keine walker gehe dann war das ganze halt überhaupt nicht wert für mich ja das stimmt auch wieder ach man und weil das ist halt echt gut auf dem nächsten mal ja also es sei denn da kommt vorhin ein paar irgendwas was könnte man da mit schicken wenn die dragon turtle schaffen ist natürlich vorbei aber dragon hat läuft drei schafft man glaube ich nicht das ist so gut mit ihrem spiel tötet sie einfach so eine handvoll units ja ich hab das ja ich auch aber mit der vielen leben war das schon relativ knapp liegen die sagt mir nicht da liegt wegen der snail nee moi nee die braucht null jahre nee die bachscher bachscher sind mega krass irgendwie Moment. Ja, die sind halt Ranged, ne? Ist halt schon witzig. Ja, ich hätte aber auch nicht gedacht, dass Ranged da so viel ausmacht. Morgen. Hallo? Oh, da sehe ich uns ja in der Runde Space Horn gleich, ne? Hallo, wunderschön. Guten Morgen. Na? Wie? Ich bin grad Legion, oder? Ja. Wir verkacken grad in Legion. Also ich verkacke grad in Legion. Was kannst du machen? Weiß ich nicht, aber ich verkacke grad in Legion. Alter, der hat schon wieder 40? Ja. Der ist die ganze Zeit Rocker gepusht wahrscheinlich die ganze Zeit. Scheiße. Weißt, ich dachte eben so, ja, ich krieg einen Cent, ne? Überlebe ich den mal und dann hab ich das hier safe. Weil ich sag auch so safe. Ich hab keine Ahnung, wie dieser Honey-Flower-Start funktioniert. Ich hoffe, ich halt jetzt noch die... Oh mein Gott, das wird knapp. Oh mein Gott. Oh, jei. wie viel leben hattest du? Meiner liegt? Ne deiner liegt Meiner liegt? Das ist deiner Oder? Ne das ist meiner Lul die Snail OP Snail OP OP Das kommt nicht durch Ade Aber wenn man die ganze Zeit sendet, kann ich eigentlich hoher können gehen Ja Ich save jetzt mal auf 6 Oh, wird das King Damage Wird das King Damage Oh mein Gott, das wird King Damage Ja, aber nicht viel Ist schön auch mal wieder ein Spiel zu gewinnen Easy win Oh, der muss mein Bein auf gute Walker diesmal Ja Frage ist, gehe ich jetzt einen Ranger? Oder Wild Shrooms? Kann ich dir nicht so sagen Wieviel Geld kriege ich? 108? Hallo Johnny Wie geht's dir? Och, mir geht gut Weil ich mein, wir spielen hier ein Spiel, das sich wahrscheinlich weniger interessieren könnte Es geht Es geht So kacke ist es dann doch nicht Ich spiele unter einem Spiel in Sea of Thieves, also Das Video mega neustes Spiel verkostet denn das? Nichts Nichts Ernsthaft? Ja Das ist ja günstig Nein Den Xbox einfach den Xbox Fest holen Xbox Game Pass Der kostet 14 Tage nichts Und im Monat 10 Euro Das ist das Ding mit drin Bloß alle anderen Xbox Spiele, die wir kriegen das rausgekommen hat Okay Meins Bei Sea of Thieves sahen mega nice aus für den PC Ja, das ist total geil Ja, das ist total geil Ich stelle es gar nicht erst in Frage, okay? Okay War ja doch nicht soo Doch! Ich bin jetzt soo Arschloch Krass Hätte ich nicht gedacht von dir Kannst mal sehen, ne? Bin ich mal schlag... Sag mal schlagkräftig oder schlagfertig? Schlagfertig Schlagfertige Argumentation, dankeschön Kein Ding Kein Ding Kein Ding Du bist ein... Du bist ein... Arschloch? Ja, genau das! Auf Wiedersehen Auf Wiedersehen Versteck Hallo Willkommen zurück Hallo Hallo Schön wieder zurück Ja Willkommen zu BHS Schön wieder zu werden Boah, aber... Aber diese... Diese Sea Serpent ist halt mega nice Wie teuer ist denn die, um die auszubauen? 185 Ja, ist ja mega günstig Ja, es kostet ja echt nix Das Ding ist halt mega gut einfach Weil es ist halt einfach Pierce-Damage, der die von hinten angreift Und es kostet halt nur 90 Hat man Canopy das? Man, Canopy hat das? Krass! Na ja, Canopy ist manchmal richtig stark War? Irgendwie sind sie das ja immer noch Äh... Gehen wir auf 8? Können wir machen, ja? Ich brauche jetzt ein Andler Ich brauche jetzt ein Andler Sonst wird das nix Ich brauche jetzt ein Andler Ich brauche jetzt ein Andler Ich brauche jetzt ein Andler Sonst wird das nix Ich brauche jetzt ein Andler Hmm... Kann ich noch ein Worker gehen? Cool Bitte 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 Hattet ihr Lust danach auf Fortnite oder sowas? Fortnite hätt ich Bock Ich hätt auf Spellsraum Bock Ich hätt auf... Minecraft bo... Ähm... Minecraft? Das waren... Das waren... Bitte kein Minecraft Das ist wirklich... Ne... Mit Mods ist das ziemlich cool Ja... Also... Ich würd das mal richtig gern mit so 10 Leuten spielen Alle in einem Raum 187 Mods track Das ist sehr witzig dann Das ist cool Und ich fliege Ich hab grad... Ich hab dich zurückgebaut Und ähm... Ja... War nicht so meine beste Idee Weil ich stippe manchmal mit mindestens 10 Leuten wäre sehr witzig Ah... Man könnte auch ein richtiges Spiel spielen wie Sea of Thieves mit 10 Leuten Und dann hast du... Das hast du gekürzt hier Das geht nicht Sea of Thieves? Was ist das? Und dieses Piratenspiel Ah... I know these Mit deinem eigenen Boot Und ich weiß es geht nur zu viert Aber ihr könnt euch ja zwei Schiffe holen Also zweimal zu viert sein Und dann als Flotte sch... Dann langfliegen ja Dann als Blockter weißt du Ja wenn du dann... Wenn du so lächig auf einen Server kommst ist das ist echt cool Hey kann man sich einen Server nicht aussuchen? Nein Da hast du ja über Fortnite Du donst halt so oft nach bis... Bis du es schaffst Und ich hab's halt... Try Harvest halt ne Irgendwann kommst du schon auf den richtigen Server Und wie wollt ihr herausfinden dass ihr auf dem selben Server seid? Du markierst einen Punkt auf der Karte und fährst hin Und... Wenn der andere da ist dann hast du Glück Wenn nicht... Dann nicht Das wird einfach eine übel lange dauern Immer erstmal herausfinden Sind wir auf dem selben Server? Kann doch jetzt? Ja Aber wenn dann... Ja Kratze... Hä? Ach du... Ich lull... Bei mir wurden deine Einheiten nicht angezeigt Ich geh für den sell all Ich bin immer noch Hard Overvalued Aber ähm... Ne Andervalued meine ich Das stimmt schon ne Aber... Einheiten habe ich trotzdem Also nicht viele Und äh... Ich halte auch wahrscheinlich wieder nicht Weil ich weiß auch nicht was da los ist Ich hoffe ich hab das Ich nicht Ich mach... Nicht mal ansatzweise knapp Ne ich kann kein... Jerome du darfst keine Worker gehen Du darfst... Keine Worker gehen Auch keine Worker mehr gehen Auch keine Worker mehr gehen Oh Mann du hast Nein das darfst du Nein das darfst du Aber Dana liebt aber Mir ist dir aufgefallen Dass du im Nachhinein Das Video Von dir auf Youtube Von uns... Wo wir Spells vongespielt haben Noch witziger ist Als Live Ja Das ist ja super witzig gewesen Ja Seine Edits sind halt äh... Meme Wars Ne das war kein Edit Ja das war einfach nur hochgelacht Sehr geil Ernsthaft? Ja Hast du da nicht tausend Memes reingehauen? Wie sonst? Das ist doch mal das Beste daran Also wenn da echt ein paar Memes rein haust Das ist richtig geil Also... Okay dann... Dann abonniere ich dich auch nochmal Dreck noch Mache ich direkt nen zweiter Countdown Werd ich zwar gebannt aber Jo geh ich Dann ist es mir das wert Ganz ehrlich Okay und äh... Save me Auf 10 Oder wie wollen wir das machen? Äh... Wir saven jetzt auf... Kanal... Press the attack 11 Okay Na wir haben schon wieder nur so ne Scheiße ne? Press the attack militia allowance Allowance könnten wir gehen Yay Sind mal zwei Worker drin Nein Wir wissen beide, dass das nicht irgendwie... Dass das eigentlich nicht völlig gut ist Wir wissen beide, dass es ne sehr schlechte Idee ist Du hattest schon Tümmeree, ey Man lass halt schon was heißen Ich muss wahrscheinlich meine Snails ausbauen, ne? Deine Snails? Meine... Ja meine... Achso... Das ist ein Schlang Keine Schnecken Ja... Den Unterschied gibt es dann doch noch Hast du gerade wirklich zu Schlang Snails gesagt? Ja... Ja... Fängt ja beides mit S an Naja... Das eine ist die erste Einheit in dem einen Menü, die andere in dem anderen Und du... Und du lebst das halbe Jahr in Amerika? Wirklich? Äh... Was ist das halbe Jahr? Hast du ein... Halbes? Ist mehr als... Ist mehr als ein Viertel Das waren zwei Mal... Vier Wochen Von... Hier und da im Sommerurlaub Ist nicht so wichtig Muss Supply gehen... Ist ne Scheiße Hm... Keine Ahnung hab ich das Auge Ja doch mit den Csurfens Selbst wenn sie jetzt schicken Ach du hast noch gar keine ausgebaute ne? Ne... Aber ich dachte mir Disciple ist besser als eine ausgebaute Ha... I don't know Werden wir mal rausfinden Ob ich das halte Was kommt denn da? Da kommt nix! Die gehen auch Pressier-Tick auf 11 Scheiße! Ich bin kacke auf 11 Bei mir gehts Ich muss dann einfach noch Bruntalks ausbauen Aber ich schicken jetzt ne? Ich glaube ich muss Alones gehen, wenn ich das habe Gehst du Alones, ich presse die Attack? Ja Ok, weil ich habe die 11 definitiv nicht Keine Ahnung von dir fehlt, das ist schon sehr witzig Ja wir spielen ja hier... Ich habe übrigens diese Wave schon nicht ne? Na kein Ding, ich habe die Wave Die Wave habe ich Das ist der Pro League Das ist alles Absicht Der... Ach... Lauter Attack Scheiße 227 habe ich Ich würde mich erstmal lösch... Äh... Einfach ansturzeln Ja... Wir... Wir melden uns dann Ich vermeld' dich dann an, kein Ding Wir reporten dich dann... Ja... Irgendwie sowas Genau das Mal gucken, ob das klappt Vielleicht reicht's die Banana Bank ja das raus, kann ja sein Ja... Ghost Knight Hermit... Gute Kombo... Sehe ich mich... Doch... Macht durchaus Sinn... Ja... Ne... Ich krieg drei Deinos... Loy... Das Game... Das Game... Das verloren... Naja... Ich hab... Ich hab... 360 bekommen... Ich glaub' ich hab das sogar... Ja... Ich mein' ich hab' den Ghost Knight bekommen, aber ähm... Da lebt noch eine ganze Wave, ne? Ne, ich hab' das nicht... Und die... Wie er liegt mir härter als die Gegner... Ja... Gutes Game... Ein gutes Game... Hat Fun gemacht... Ja... Aber du hattest Banana Bank mit einer Haven hättest du doch easy gehalten... Ich hab' die Banana Bank grad eben erst platziert... Ah... Na... Ich hab' doch nicht so viel Geld also... Irgendwo hört's doch auf... Die sind alle nicht mal low, die sind alle full HP... Na und zu dir... Na... Bye-bye Elon... War schon mit dem... Dann mach' den halt auch keinen Schorn, ne? Ne... Alter ey... Die HP... Pfff... Der King ist ja echt scheiße mittlerweile... Das ist ja gar nicht mehr liegen... Okay... Alles weil... Meine... Maus... Ich... Ich... Klick nie wieder in diesem Spiel... Ich benutze nur noch Tastatur... Ich... 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 Ich...